So, äh, ja, ich hatte einen dritten Akkant. Wie gesagt, Level 3 Fangs Situations gemacht. Und, ja, nicht sehr einteilig eng mit dem Namen Mokenplay. Aber da kommen wir dann noch später dazu. Ja, wieso ein dritten Akkant? Tja, mit dem neuen Akkant fängt man recht oft an. Man spielt gegen sogenannte Noobs oder Anfänger. Was sehr lustig ist, was spassig ist. Echt einfach, die haben nicht wirklich Sinn, was umson abläuft. Und das fackt eben noch ein bisschen. So ein bisschen Seal-Bashing. Der erste Akkant Mokenprime, den habe ich ja hauptsächlich wirklich zum Mühe gegeben. Und dann habe ich den Moken Junior noch gehabt. Wo ich hauptsächlich alleine gespielt. Und auch fast kein Geld ausgeben. Und dann eben noch dieser hier. Und man kann spielen einfach und Spass haben. Und dann eben solche Sachen noch sehen, wie jetzt hier gerade. Das ist das Ding. Ich bin ja auch nicht wirklich überragend. Vorhin recht gewiffet und nicht reloadet. Aber eben, das kann man brauchen. Um zuerst einmal so eine Lucky Headshot zu bringen. Nein, um so neue Sachen auszuprobieren. Ein bisschen aggressiv zu spielen. Und die Idee ist dann auch, sobald wir Level 20 erreicht haben. Dass ich dann auch wirklich die Idee ist, voll D ranken. Und das dann noch mehr ausnutzen. Noch mehr Seal-Cubbies oder Cups. Wie der dort jetzt gerade zum Beispiel. Generell, ja. Es geht darum. Wirklich Spass zu haben. Neue Sachen auszuprobieren. Und. Noobs bashen. Und einfach mal generell die Erfahrung zu machen. Im tiefsten Rang unten zu sein. Wo da wäre. Copper 4. Ich hatte gerade schon ein, dass der Ranger mir noch die Claymore weggeschiesst. Ich hätte sie nicht gesehen. Aber wie gesagt. Ich bin überhaupt nicht überragend. Der Diffuser ist nicht mehr in Ihrer Position. Du bist aufzuprobiert. Wie erwähnt. Die Idee ist, dass ich irgendwann mal die tiefsten Rang runtergehe. Und dann noch mehr das ausnutzen. Und dann wirklich zu sehen. Wie die dort unten spielen. Weil ich ja noch längstens nicht alle Rang. Das heisst. Die, die wir jetzt hier gesehen sind. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schlechter. Aber es ist dann schon eine andere Erfahrung zu sehen. Bei diesem Spiel. Aber wie gesagt. Wir möchten es gerade. Ich bin nicht über alle Dinge erhaken. Malo. Schön selber geblendet. Malo. 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 So, jetzt kommt mir auf die Idee. Könnt ihr dem hier Premiere halten. Ja. Ja, der Foto passt dann eigentlich richtig an. Da haben wir zum einen den Smoky, also known as Bony Parker, also known as Lampy. Ah, zwei, drei! Drei, 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 vier! Vier! Hast du sie vor? Keine Kamera mehr. Der ist hoch! Messer, Messer! Gib ihm die Eis, gib ihm die Eis! Gib ihm die Eis! Zeige! Nice! Zum anderen haben wir den Boscop, also known as Tusi. The Happy Tree Friends. One more left. Geh runter und komm von hinten! Drop, drop und komm von hinten! Drop und komm von hinten! Hör auf den Sack, dann hören sie dich! GAY LEFT FOTEL! Und zu guter letzter Heimer meiner Meinungkeit, der Disco Bear. Der Röger ist tot. Der Röger ist tot. You have been spotted by Hostiles, come back! Interrogation! Where's the rest of you? One down. Op 4, last operator standing. Ja, ich komme den letzten Kill nicht mehr, wir sind alle so Kill hungry. Aber jetzt kommen wir zum DRanken und der ultimative Strat auf Kaffee. Backstage! Kameras, sehr gut. Schild, wir brauchen noch Schild, wir brauchen noch Schild, wir brauchen noch Schild. Ach, Schildi! Der Schild ist noch übrig. Der da, nein. Der Rookie hat das Schild. Gut, ist gut. Ah, der Mute, Mute, Mute! Mutter! Oh oh. Ich hatte den Mute, Serge, aber eigentlich das Schild. Ah. Er hat aber einen Kahn. Ja, aber wir brauchen einen Mute. Darum hatte ich ja den Mute. Hallo. Also alle da rein, alle da rein, alle da rein, alle da rein. Disco! Alle rein! Tut sie rein! Nicht zu tun, nicht zu tun! Tup! 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 Mal, da rings und tun wir in die Fosse aus. Er macht beide aussen Türen, dann auch noch zu. Aber warte mal, Schild, noch Kameras kopziert. Ich gehe. Tusi, komm rein, Tusi, komm rein! Der ist da vorne. Er hat 5 Sekunden left. Tuna. Hier auch noch. Hier auch noch zu machen, Tusi. Da links, neben mir, mussten wir noch ein... ...reinforcen. Das ist eine Kamera. Innen, 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 innen! Kann ich nicht die Schild wegnehmen? Und... Ich kann nicht. Schild weg! Achte, alle hinten, alle hinten, bitte! Warte, du gehst an den Ding hin. Alle hinten! Lass mich jetzt erst. Ein scheisslicher Geisel als erstes in Kampf. Ich kann sie nicht mehr platzieren, das ist eine Schild. Wir gehen nicht. Ja, die kommen! Jetzt wird es eine Schlacht. Der eine ist offen. Die erste Ausserkamera heissen. Oh, ein Ziffuser! Ziffuse? Ja! Der könnte aber ungemütlich werden, oder wie? Jetzt sind die M2-Sie unter den Röcklen. Ja, der killen sie die Hostage, wenn sie uns füsen. Ah ja, Idioten! Das ist alles in Ordnung. Sie sind sicher verdammt am Schauen. Ich glaube, ich habe einen Team gesehen bei ihnen. Einer ist im Rüblein. Der Claymore sitzt! Hahahaha! 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 Ah, jetzt kommen wir ein bisschen langsam. Inbound. Starting your timer. Geisel macht sich quasi zu Hause. Nicht ping auf meine Kameras, bitte! Ah! Ah! Ah, sie sind ein Maverick! Sie sind ein Maverick! Ah, jetzt geht es unten durchschiesse! Es geht unten durchschiesse! Hahahaha! Hahahaha! Maverick kommt, ja! Hahahaha! Hahahaha! Wenn es gut, dann würde ich mich weissen! Huuuhuhu! Ich hätte er schiesst unten durch! Er bereich nicht. Achtung, wie viel auskommt! 15 Sekunden. Jetzt! Was ist denn da? Hahahaha! 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 mounten, jetzt sc teachings! Hahahaha! Tja über piété! Jpee he Pearl! Hahahaha! ich radiator er von mir! Was?